Ich habe auf den Typen keinen Bock mehr. Herr? Herr, ich bin ein Schuss für dich. Ich bin ein Schuss für die Einwohner. Ich kann mich auch noch an Führung mit dem Schuss anwenden. Ich habe eine weitere Ausbildung zur Schuss auf dem Bedeutung. Ich bin ein Schuss für die Schuss in die Schuss. Ich werde das Schuss anwenden. Das Schuss anwenden. Ich habe den Schuss anwenden. Ich bin eine Rede. Aber ich werde das Wort machen. Es gibt auch ein Mal wie heute. Ich werde nicht ohnehin von Herrn, der Herr der Frau von der Frau entfernen. Ist das ein Urlaub? Ja? Ich bin wirklich aus dem Gesicht. Ich bin ich mit dem Herrn, der Herr der Herrlichkeit und... Ich bin mit dem Mann, dass ich mit dem Mann und den Mann zu kommen. Ich will mich hier auf einen Weg zum Beispiel. Was ist das? Ich war... Ein Beispiel für ein Besten, was er. Das ist mein Besten, der Herr Rennen ist, und ich kann es um einen Weg. ...Wah, das war so. ...Wah, das ist ein Beispiel. ...Wah, das ist das... Er ist kein Problem, dass mein Lieblingsbilder nicht zu retten. Ich habe das Gefühl, dass sie mir nicht die Erste haben, wie es mir in der Zeit noch nicht. Das ist das für Sie, dass es Ihnen an dieser Stelle ist. Herr Kuo... ...und die Welt ist in der Lage, sich in der Welt zu bewerben. Sie werden das für Sie, das für Sie, der Mann und der Mann. Oh... Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für Gura-Yui-Torco. Was? Wir waren mit den Jägen und den Jägen. Oh, ja. Ich weiß es nicht. Wir waren mit den Kindern in der Nähe. Das war's für mich. Das ist der Herr, oder? Für die Spelvia. Nein, wenn die ganze Zeit zurückgekehrt, dann wäre es schön. Das ist das, was ich? Es ist wirklich so, dass meine Frau in dieser座ie sitzt. Das war es, was ich. Der Mann braucht ihr. Als der Herr geheimt wurde, haben wir alle erneut. Für das war, habe ich ihr euch als Mann gesucht. Ich bin nicht der Mann, der Händrichs. Ich bedankere mich. Ich glaube, dass ich mit Kagu-Tut, und auch mit ihnen erhebte. Ich glaube, dass es nicht so schön ist. Das ist das, was du. Du hast eine sehr gute Kraft. Und du musst die Kraft richtig nutzen. Nefeln? ... ... Es ist schon zu vollkommen, Meref-Lahat. Ich möchte, dass ich ihn mit der Herr-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late. Ich habe mich nur mit mir mit. Ich habe mich damit zu einem guten Weg. Ich kann mich, dass diese Meref-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late. Das ist meine Merefura-Hatte. Ich habe es geholfen. Das war's für mich. Ich bitte um kurz an. Das war's für mich! Ich glaube, dass ich noch ein paar Mal bin. Ich dachte, dass ich noch ein paar Mal bin. Ich glaube, dass ich mich noch nicht mehr überrascht habe. Ich glaube, das ist das. Danke, Meref. Das war's für heute. Ich habe das Gefühl, dass die Ereignisse mit dem Weg in der Kielung gewählt wurde. Sie müssen sich über die Verständnis durch die Erkadiation aus der Kielung. Das ist gut. Das ist ein Problem, dass die Herr der Königin der Königin sich auf die Welt zu erinnern. Es ist nicht so, dass es nicht so, ob es ein Gehirn ist. Wenn wir uns über die Erweiterungen in der Kielung zu retten, dann wird die Invidier in der Kielung des den Kielung herbe. Das war's. Ich habe das, was ich als Neferl anbieter, die die Menschen mit den Melef zu verabschieden. Ich habe das Geld gemacht. Ich glaube, dass ich so eine solche Beziehung habe. Ich glaube, dass es die Mühle zu verabschieden ist. Und ich habe das Wort. Ich glaube, ich denke, dass ich die Schmerz-Berfahrung nicht so gut fühle, aber ich glaube, dass ich die Schmerz-Berfahrung nicht so gut fühle. Oh, haben wir wieder so ein fancy Schiff bekommen? Kurzer Aufenthalt. Alter, wir haben wieder 29.000. Sehr schön. Was? Schon wieder? Nein. Ja, das ist so. Meine Kraft ist nicht so, oder? Wir dürfen Morak hoch. Ihr macht dich fertig. Sogar ziegt auf dem Level hoch. Ha, ha, ha. Die Zecke. Ich denke, es ist schon fair so, wie es jetzt ist, dass die weiter oben sind wie die anderen. Weil das halt schon mehr erfahrene Kämpfer sind, wie der Rest von dem Haufen. Oder es ist halt wirklich einfach nur, dass die erwartet haben. Ach, alle, die dieses Spiel, die griden wie die gestirren. Ach, alle, die das Spiel, die griden wie die gestirren. Rex? Huuuuh. Lass dich ruhig. Warte mal, wir können mal schauen, was wir für neue Hilfskerne eigentlich haben. Nein, 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 warte. Stachelschutz 2. Uh. Er reduziert halt den Stachelschaden um 70%. Alles klar, nimm mit. Delfinkarotte. Na ja, ja, ja. Gerade sind es jetzt vier gewesen. Oder drei oder vier. Naja, zu hoch kannst du es halt auch nicht ansetzen, weil jetzt wenn du sagst, okay, die sind ja erfahrener, die schmeißen wir jetzt zehn Level drüber und dann metzelst du alles weg, was da rumrennt. Schaden an den Außenbereichen um 25. Erhöht Schaden eines Überraschungsangriffes um 80. Schaden in den Außenbereichen um 30. Alter, neun. Es gibt halt auch nur eins. Dann machen wir mal eins. Überrummeln machen wir mal eins. Alter, hab ich sogar 16. Okay, ansonsten ist es nur der 1 Sterne Shit. Stufe 1 wird sein Schaden. Der Stufe 1 wird sein Schaden um 30%. Da könnte man bergaufs tauchen gehen. Nehmen wir einen silbernen. Einen goldenen. Ach komm, nehmen wir drei silbernen. Joa, aber die Erfahrung und denke mal an das Gesagte, die Stärke im Imperium und so zehn Level gehen. Ja, das ist aber ein Hauptproblem im Prinzip von allen JRPGs oder sonst irgendwas. Wenn du irgendeinen erfahrenen Kämpfer mitbekommst, der ist halt meistens auf dem selben Level wie der Rest von dem Haufen. Einerseits natürlich unrealistisch, andererseits schon sinnvoll, weil du dann sonst einen zu starken Charakter bekommst. Ja, hab ich ja nichts zum Bergungstauchen? Doch, da geradeaus. Oh verdammt, die Story wird mich jetzt dann einfach ins Schiff schmeißen, oder? Naja, wenn, dann können wir ins nächste Gebiet gehen und können da dann wenigstens Bergungstauchen gehen. Lass mich Bergungstauchen los. Ah ok, ich muss mit dem reden. Oder? Oder? Gott sei Dank. Das geht echt sauschnell teilweise. Ich müsste mal speichern vorher. Ausbeuteln paar dämliche Drecksgegner, oder? Ich werde es jetzt noch nicht so gut. Ich werde es jetzt direkt in die Unterricht. Ich werde es jetzt halt einen Weg in die Steine des Rechen. Ich werde es überallin zuerst sagen. Ich werde es auch bei uns in die Steine des in Klasse. Oder bis zuerstsitzieren? Das ist das Leben, der in die Steine des Rechenes ist. Wenn du das Blöken hast, bin ich nicht mehr? Ja, ich kann ihn nicht mehr? Du blöken. Du blöken und du da in der Zeit zum L Jamieanzen. Du steigerst einen Schlagst einen Moment? Aber du blöken. Du blöken, wo hast du das? Na, jetzt weicht er da aus. So, Flammexplosion. 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 So, und weg damit. Oh, yes. Wieder kleine, halt einen verdammten, seltenen Kernkristall gibt. Okay. Jetzt muss ich mich da ein wenig gescheit jucken, damit ich auch die Sachen rechtzeitig drücke. Nein! Warum denn? Warum geht der letzte Ding immer so scheiße? Der geht so schnell. Ich muss früher drücken. Verdammter Dreck. Oh. Feen, ja, ja, das ist eine totale Fee, Alter. Ich sehe es komplett. Oder Fien. Könnte natürlich auch Fien sein oder so. Das ist eine gewisse Zeit. Das ist eine gewisse Zeit. Das ist ein gewisse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 umwerfen vulkan ist tot Alter, jetzt kommt der andere noch Ah ok, Vulkansturm Bewegungsteiger Ah 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 Oh, wir haben jetzt genau das weggeflockt, halt wie er sagt Warte mal, hat er den Nunda gehabt? Nein, 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 nein. Tota, komm her. Nein, nicht Nunda fallen. Fuck. Ne, ist ja der zweite schon. Deswegen war der tot. Oh Gott. Oh, ist der Zuntergesprung? Nein, jetzt krieg ich doch nix von dem. Was, warum? Du dummes Messstück. Oh, wow. Wahrscheinlich kann ich von dem die Kernkistelle bekommen. Ach, ihr Penner, ey. Alter, labert jetzt nicht so viel, mach mal. Das nervt mich jetzt schon wieder hart. Gott sei Dank ist es nur ne kleine Krabbi. Oh, es sind zwei Schätze. Hör auf. Und? Ne. So, Krabbi, jetzt geht's dir an den Kragen. Kann ich jetzt mal jemanden das umschmeißen? Nein? Okay. Hör auf. Nise. Nein, nein. Ich sa! Hör auf. Hör auf. Hör auf. Passtok. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Oh, bei ihr haben wir es noch nicht gehabt, ne? Oh, jetzt habe ich auch nicht aufgepasst. Oh ja, das ist ein Kerngristall. Der wäre hundertprozentig beim anderen auch drin gewesen. Aber nee. Gold. Komm schon. Laber nicht so viel, du Debbie-Streckstick. Yes. Perfekt. Was gibt's? Oh nein, es ist wieder so ein Arschlochviech. Okay, wir müssen aufpassen. Nein, er macht den Scheiß. Oh. 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 nein scheiße ich habe vergessen zu wechseln vor ich sehe jetzt schon wieder runter flogen wie ist das schon wieder passiert was machst du denn die ganze zeit ja 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 achso damit kriegt er dann wahrscheinlich runter schon wieder der macht doch das absichtlich oder jetzt kann es mir doch nicht erzählen dass der das aus versehen macht zweimal dieselbe attacke nacheinander damit er den runter schmeißt was für ein dreck Resonieren Ah, da haben wir den Den kann ja bloß der andere nehmen Alter, ich hab vier seltene Kernkristalle Hab ich den dann doch bekommen? Ja, aber das ist ein normaler Gegner Also der ist normalerweise nicht so schlau Dass der sowas macht Ich denke, weil das ist bloß Zufall immer Dass er das zweimal nacheinander macht Oder der ist so programmiert Dass er das zweimal macht Auf den Verteidiger oder so Weil die Dinger sind schon extra an der Brücke Damit sie einen runterhauen Oh, 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 wen hab ich da? Oh, die schaut ja geil aus Oh, und sie ist ne Blitz, alter, oder? Bitte sag mir, dass das Blitz ist Zinopia Die Prügelgeile hast bekommen Ach, ist es Wind Wind hab ich schon Die schaut aber stark aus Kriegt er nochmal Wobei, hab ich einen bei dem Bestimmt, ich könnte ne Heilerin brauchen Die speziell ist Ich mein, ich würd zwar immer noch ungern Meine Heilerin, die ich von Anfang an hab Eintauschen, aber Wär schon geil Die sind übelst durchaus Ja, so die typische Kampf-Tussi Also, die wohl gern alles zusammenhaut Natürlich wird's so einer Naja, lass mich in Ruhe Oh, schau, ich kann leuchten Er ist ja dunkel Naja, beschützt jemand anders So, kriegt er noch einen Alter, ist das schon wieder so einer? Ach, mir ist egal, er kriegt noch ein seltener Er muss auch den Missbergungstauchen machen Oh, der hat einer rot geleuchtet Das ist so ein Spitz, oder? Oh Ne kleine Elektra Jetzt nochmal eine Elektro Also, Popman, was für dich? Total süß und hochgefährlich Es gibt auch noch ein paar Sachen, aber Ich will es noch nicht Die ist ja knuffig Abwehr Alter, wie ihre Haare halt schon so blitzeln Mit normalen Kernkristian krieg ich das wahrscheinlich eher selten, ne? So eher kann Ah, okay, komm, da ist noch Die neue Klee Irgendwie sind die kleinen alle total durch Sie ist halt Abwehr, ne? Ich bräuchte eine Heilerin Alter, die schaut halt einfach Hammer aus Ey, das Design ist echt nicht geil Aber ich wurde von eurer Aussage bisher hart enttäuscht Bis auf sie, die wo Ja, wobei ist sie eigentlich relativ normal eigentlich auch, ne? Weil immer erzählen alle Ich meine jetzt bei ihr ist es, glaube ich, die einzige bisher Wo du sagen kannst, so richtig die, die einen zu großen Vorbau hat Der Rest ist eigentlich eher normal Ja, das geht, aber das passt irgendwie Das Dahlia noch nicht Der ist halt auch Abwehr Ich brauche keine Abwehr, Mann Das ist ein Limit an Klingen Ja, ich glaube, irgendwann muss ich welche wegtun, ja Die braucht keine mit den Argumenten kämpfen Braucht keine Waffe mehr Ich bräuchte immer noch einen Healer Neuer Auftrag verfügbar So war's Nein, ich habe wieder die Karte gedrückt Leck mich Leck mich, Spiel Leck mich einfach Du kannst mich spielen Aber speichern wir erst mal Äh, seltener Oder... Du fühlst dich umy holy Du kannst mich mehr Neuer Auftrag Indol. Der liebe Diebstahl. Menschenform. Dich und vorbei. Ich kann ihn auch mal wegschicken, oder? Dann schicken wir ihn noch los und sie. Den haben wir nicht ausgerüstet. Los. Kommt die Kleine über die Anführerin. Der Name der Einheit ist Britzelbomben. Was für eine Truppe, was ich jetzt hier los schicke. Der Name der Kartmannsbosch. Die Kisprinselbombe. Die Kisprinselbomben. Der Name der Kartmannsbosch. Was ist das Land von Hörgüter? Der Name der Kartmannsbosch. Vielen Dank.